so willkommen hier sehen wir haben hier schon ein bisschen was gebastelt mit dem basteln wir uns nämlich weh gell damit wir auf dem ruf nicht so viel geld ausgeben man sieht ich habe schon ein bisschen was gemacht das ist sogar leider 100 prozent geil aber besser als vorher gut endet hier möchte ich dann noch so eine biege machen hier geht es dann kommt hier links schon ein feld das kann man alles dann noch verbessern das ist also ein überschnitt netto und dann die wegteilung auto oder teilweise wenn ich so muss man wissen also wollen kommen da ein wir müssen uns ja auch anschauen wir machen hier den weg weiter den können wir natürlich der links oben weiter führen wenn man hier auf den hangen das ist schon flach ich bin ich hier mal aber ich habe geboren Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geht es an den Feldweg rein und jetzt machen wir es besser. Das war auch so gepfuscht, das da drüben, das möchte ich auch nicht. Jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt es zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Sonst ähnlich? Das ist das Tolle jetzt. Das ist das Tolle jetzt. Theoretisch muss man das nicht machen, dass man da jetzt den ganzen Busch weg gibt. Aber ich mache das deswegen, weil wir ja die Bäume stehen lassen und wenn wir die umschneiden, so wissen, dann sehen wir sie nicht liegen. Und so haben wir sie dann gleich auch eingezeichnet. Das ist jetzt wieder ein etwas größeres Feld. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man No problem No problem No problem No problem No problem Vielen Dank. So. 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 Das ist heiß! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.